Wenn Sie ein Öl probieren und das nach Ihrem Geschmack sehr stark ist, zum Beispiel säuerlich, scharf, bitter, das bedeutet nicht, dass das Öl sauer ist. Im Gegenteil, wahrscheinlich handelt es sich um ein Öl mit niedriger Säure, das die Aromen gehalten hat, weil es mit gesunden und frischen Oliven bei der Pressung gepresst worden ist. Gleichfalls, wenn Sie ein weniger schmackhaftes und nach Ihrem Geschmack feines Öl probieren, bedeutet das nicht, dass das Öl eine niedrige Säure hat. Im Gegenteil, es könnte wahrscheinlich ein Öl mit hoher Säure sein, das die Aromen verloren hat, weil es mit nicht frischen Oliven bei der Pressung gepresst worden ist. Achten Sie, verwechseln Sie nicht die Ölsäure mit dem Ölgeschmack. Die Säure ist ein Parameter, der im Laboratorium gemessen wird und sie wird am Gaumen nicht gespürt. Und sie bestimmt die Qualität der Oliven bei der Pressung. Wenn die Oliven gesund ist, ist die Säure niedrig. Wenn die Oliven nicht gesund ist, ist die Säure auch. Der Geschmack bestimmt das gute Aroma, wie zum Beispiel das süße, das bittere, das scharfe, das frische Gras, die Mandel, die Artischocke und das schlechte Aroma, wie zum Beispiel das ranzige, das schimmlige. Um mehr Informationen, schreiben Sie mir. Setzen Sie, gefällt mir auf unserer Facebook-Seite. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen.